Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Ampelkoalition hat heute eine Aktuelle Stunde aufgesetzt zu dem Erdbeben in Marokko und der Flutkatastrophe in Libyen von der letzten beziehungsweise vorletzten Woche. Da frage ich mich, hat die Bundesregierung keine anderen Themen für eine Aktuelle Stunde? Wofür ist eine Aktuelle Stunde da? Der Kollege Hardt hat es gerade eben schon angesprochen. Die polnische Visa-Affäre würde uns hier brennend interessieren oder die Krise in Bergkarabach, wo gerade auch der Krisenstab im Auswärtigen Amt zutagt. Aserbaidschan hat hier völkerrechtswidrig Bergkarabach angegriffen, was von Armenien bewohnt wird. Hier wird gerade eine ethnische Säuberung durchgeführt. Ich befürchte, dass Präsident Aliyev einen Vorstoß bis nach Hitchivan machen möchte, um eine Landbrücke in dieser Exklave zu haben. Sanktionen dieser Bundesregierung? Nein, man hört nichts. Man ist doch sonst mit Sanktionen immer so schnell dabei. Warum hat es bisher noch keine harten Schritte hier gegeben? Zumal ja offensichtlich der Außenministerin zugesichert worden ist, dass es hier keinen Angriff auf Bergkarabach geben wird. Sie ist hier dreist angelogen worden. Ich sage Ihnen, warum es das nicht gegeben hat. Man hat sich wegen der selbstverschuldeten Energiekrise in eine Abhängigkeit von aserbaidschanischem Öl und Gas begeben. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und ich sage Ihnen, liebe Bundesregierung, wenn Sie hier nicht handeln, dann ist in zwei Wochen Bergkarabach-Geschichte. 120 000 Menschen sind dann entweder vertrieben oder tot. Aber kommen wir zu dem Thema zurück Ihrer aktuellen Stunde. In Marokko hat es circa aufgrund des Erdbebens 3 000 Tote und 300 000 Betroffene gegeben. Hilfe wurde von Deutschland angeboten. Die deutsche Hilfe war nicht gebraucht. Deutschland war doch früher immer Premiumpartner von Marokko. Warum will man jetzt von uns keine Hilfe annehmen? Wer darf Hilfe leisten? Spanien, Großbritannien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Frau Dr. Kofler, ich muss Ihnen ganz deutlich widersprechen. Das hat etwas mit der arroganten deutschen Haltung zu tun. Sie erkennen die Realpolitik nicht an. Den Marokkanern ist die Lösung der Westsahara-Frage ein brennendes Thema unter den Nägeln. Und das Staatsgebiet wird oder die Westsahara wird durch Marokko kontrolliert. Erkennen Sie diese an, dann lösen Sie ein Problem. Und dann haben Sie auch wieder ein gutes Verhältnis mit Marokko, was wir im afrikanischen Raum als Nordafrika als sicheren Anker benötigen. In Libyen hat es circa dreieinhalb bis viertausend Tote gegeben, einige zehntausend Obdachlose. Ja, wie kann es zu dieser Instabilität kommen? Völkerrechtswidrig ist von den USA und den Partnern damals Libyen in die Steinzeit zurückgebombt worden. Unter Gaddafi hätte es wenigstens noch ein funktionierendes Rettungswesen gegeben. Jetzt haben wir ein bürgerkriegszerpflügtes Land zwischen der Einheitsregierung und General Hafter, der den Ostteil des Landes kontrolliert. Wir befürchten, dass hier Gelder für die Wartung der Staudämme veruntreut worden sind. Ich frage mich, wie hätte man hier helfen können? Man hätte rechtzeitig den Katastrophenschutz ertüchtigen müssen. Aber da brauchen wir gar nicht so weit gehen. Das schaffen Sie ja noch nicht mal im Inland, wenn wir aufs Ahrtal gucken. Der Katastrophenschutz hätte ertüchtigt werden müssen. Hier hätten wir Geld aufwenden können. Stattdessen verballern wir deutsche Steuergeld mit dem großen Füllhorn in alle Welt. Marokko hat 243 Millionen Euro deutsche Steuergelder bekommen für erneuerbare Energien und für Genderprojekte. Wenn ich jetzt mal gucke, wofür dieses Geld aufgewandt worden ist. 600 Millionen Euro unseres hart verdienten Steuergeldes sind allein in den Solarkomplex Nordmittel gegangen. Noch mal 100 Millionen Euro als Nachfolgeprojekt. Und die Netzanbindung, ca. 77 Millionen Euro in ein Windprogramm. Dazu kommen noch einige Genderprojekte in Marokko. Da ist unser Steuergeld nicht gut aufgehoben. In Libyen hat man ein paar Friedensforschungs- und Demokratieprojekte gemacht. Auch diese sind alle fragwürdig. Und ich sage Ihnen ganz klar zum Schluss, es mangelt an der Kontrolle, was mit unserem deutschen Steuergeld passiert. Und das BMZ wäre gut beraten, wenn Sie gucken, was aus unseren Projekten und unserem Steuergeld wird, dass das nicht verschwendet wird. Ich habe jetzt gleich noch eine Videokonferenz mit einem Anbieter aus Afrika. Der ist vom BMZ beauftragt worden, eine Evaluierung zu machen eines Projektes, was ich besichtigt habe, wo ich von Untreue ausgehe. So etwas muss regelmäßig erfolgen, aufarbeitet und kontrolliert werden. Und zum Schluss sage ich Ihnen noch, ich bemängele die Kaltschnäuzigkeit unserer Außenministerin, die den chinesischen Präsidenten als Diktator bezeichnet hat.